Musik 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 Wie sieht mir das schon mehr richtig aus Musik Weit war es zu tun, Asch Musik Musik Jetzt Weichen wir aus Musik Machen wir das ganz einfach Musik 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 Uhr 50 Musik 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 Wie schnell das ab klingt, ey Das ist so nervig Hm Wo stimmt die Tür wohl hin? Könnt ihr auch mal zuschlagen Peitsch dich aus, ist mir egal Wow Das ist heftig, du Was soll denn das? So Ja Schön an der Auspeitsche Zack Ich kämpfe halt allein gegen die Myrugall Aber nichts Hätte sie auch nicht geändert Man guckt immer Trotzdem zur Sicherheit Ob sie vielleicht doch was geändert haben Das weiß man nicht Der war gut Wird wir jetzt nur noch so dran dran liegen Oder läuft da noch was? Okay Okay, das ist gut Wie weit geht Die Peitsche bis 5 Habe ich 6 sogar Aber Den Orb habe ich noch nicht Ich hoffe, dich zu verstecken, Mann Dafür, dass wir schon Stufe 5 Peitsche haben Ist die echt schwach Find ich Oh, ausgewählt Ich bin Ich bin Ja Ich bin Ich bin Ich bin Hat da schon jemand gedrückt, oder? Scheint so. Der Knopf hat schon jemand gedrückt. So. Oh, wir müssen gegen Gäster. Dann go. Das erste, was ich... Das erste, was wir machen, ist... Erstmal gucken, was so seine Schwachstelle ist. Oh. Der hat ja nur 1000 Leben. Aua, Mann, drauf. Oh. Du gehst voll ab mit deinem Ding. Okay. Jetzt hab ich überhaupt nicht aufgepasst, was seine Stärke ist. Eins nur. Hast du das jetzt schon gemacht? Mach' ich nochmal das. Mal gucken, wie ich das rausmache. Da ist nur eins. Du gehst mir auf die Nerven, Mann. Wie wär's mit... Das hier. Also, Zauber macht dann nix aus. Aber... Weiß auch. Fuck. Ich muss jetzt mal kurz alle heilen. Zack. Okay. Also Wappen haben wir genug zu trainieren. Bravo. 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 Lanz Nob. Lanz Nob. Oh, ich bin hier nicht so weit weggegangen. Ich bin hier schon. Ich bin hier nicht so weit weggegangen. Ich bin hier schon mal weggegangen. Was ist das? Oh! Was ist das? Was ist das? Ich habe es geschafft. Wie geht es hier? Das war's für heute. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben Lufthi. Uh, wir haben die Welt. So. Ich werde mal erkennen, was das ist. Aha, ein Garia. Wassertempel. Imperial. Was ist das hier? Leuchtturm, Insel. Windtempel. Hä? Da müssen wir auch noch hin. Wer kennt man hier so schlecht? Die Karte gibt es jetzt auch nicht mehr oder was? Ne. Dorf der Elfen, Schloss der Hexe. Lukan. Hasnika. Hasnika. Ha. Nicht verwirrt. Da ist immer noch Gaia. Water Tempel, bla bla bla. Was ist denn das alles? Was ist denn das alles? Wir haben es geschafft. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Schwer zu erkennen noch. Da ist jetzt ein bisschen komisch. Da sind wir. Da geht es. Was ist das? Hm, in Hohenbergen. Jo, gehen wir mal. Die ganzen neuen Sachen. Einmal. Einmal. Oh, Krallen jetzt. Heils von 6. Okay. Würde ich sagen. Fliegen wir hier mal ein bisschen rum. Go, go. Gucken wir uns doch mal ein bisschen in der Welt rum. Erstes Mal. Die goldene Stadt. Das ist Ferti selbst, ne? Ah, der Watz meine ich. Gucken wir mal, ob der offen ist. Tür ist verschlossen. Ich weiß nicht, wo war es klug hier. Ich glaube es war immer, ich bin immer hier als erstes hingeflogen, weil die Rüstung hier zwar sehr teuer ist, aber sehr stark. Werde ich gleich gucken. Da hinten war glaube ich jemand. Das war schon die Information, die wir brauchen. Jetzt wissen wir wer der Schlüssel, wer den Schlüssel dafür hat. Dann können wir hier schon mal hin. So, jetzt müssen wir nur kurz schlafen. Gucken wir jetzt nochmal die. Ah, da. Genau. Achttausend Leute, kommt für das. Gebt euch das. Eins, zwei, drei. Das muss ich mal auch dreimal kaufen. Ich kauf's jetzt mal. Ich kauf's jetzt mal, ich kauf's jetzt nicht mehr Geld mehr. Das ist meinig. Arschteuer. Gucken wir mal, ich würde am besten, ich kann den Helm schon mal nicht tragen. Da, seht ihr, das ist heftig. Ich würde sagen, sie kriegt den Helm. Das hier. Sie kriegt auch das. Also fehlt mir noch ein Helm und eine Uniform. Ne, zwei, zwei Helme. Oh, ich will Geld mitkriegen. Vielleicht können wir uns noch zwei Helme kaufen. Okay, niemals. Oh mein Gott, Alter. So toll. Das habe ich gemeint mit teuer hier. Dass ich es mir nicht leisten kann. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dem ich mein Tiger-Kostüme anhaben. Können wir mal ein bisschen normal rumrennen. Ja, wir rennen mal ein bisschen normal rum. Okay. Gehen wir jetzt nach Hasnika. Ist es ein bisschen schwer, alles zu erkennen. Ja, ich bin ein bisschen schwer, alles zu erkennen. Ich bin ja noch dazu. Untertitelung des ZDF, 2020